Wir müssen übel abschachten. Wir fahren jetzt mal weiter aus Electric Love. Und dann schauen wir, was es wird. Wir fahren jetzt zum Electric Love. Ich habe mir jetzt noch ein Handel gekauft. Da habe ich ihm zu ihm gesagt, er soll das Handel halbieren. Da hat er mich angeschaut, weil er ein Voldeppen. Weil es eh schon halbiert ist. Ich bin super drauf, wir fahren jetzt. Dann haben wir nicht, wir haben echt drei Stunden gefahren. Wir sind um halb elf losgefahren. Schön, dass du so gut inspiriert bist. Oh doch, Maiky, doch. Oh doch, Maiky. Drei Stunden daher ist ein Irrsinn. Hi, ich bin die Tanja. Ich versuche hier Baggings zu singen. Ich bin die, die immer alles zerstört. Mein Gott, was machst du denn du? Wir sind jetzt hier auf der Heineken Stage. Da spielen wir heute den kompletten Laden ab. Sparda wird ja alles voll sein. Von da bis hinten. Ja, wir drehen heute richtig auf. Wir freuen uns. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Die Bananen werden wir auch beim Interviews gehen. Wir waren ja gestern im Journal. Leute sind geisteskrank drauf. Ich glaube, das wird sehr, sehr geil heute Abend. Ich bin sehr gespannt, was hier auf der Heineken Star Club passiert. Bei TRI heute Abend. Ich glaube, ich bin ja auch noch mit dabei bei der Zugabe. Vielleicht hier ein kleiner Einschnitt. Wir sind ja gerade am Elektro-Glau-Festival. Wir sind ja gerade am Elektro-Glau-Festival. Entschuldigung. Hey! Wir sind ja gerade am Elektro-Glau-Festival. Hey! Nein! Und wir haben noch sechs Stunden bis zur Show. Wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. So, Servus! So, welche Ender sind da? Wegen wem? Wegen wem? Ich dachte, der Dream ist der Geiste, oder? Der Dream und die Tricots sind auch nicht so schlecht angehört. Das ist meine Hand! Meine Hand ist wieder da! Hey! 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 Alter, ich habe vorhin Klausur geschrieben und nach 35 Minuten abgegeben. Verkommen wir mal! Herzlich alles! Oh, ich leg mich auf, hierher. Da ist wieder zu Ende. Oh! Ich wollte mich dann wieder an. Oh! Oh! Oh, ja... Oh! So, wir sind jetzt an der Heineken Star-Club-Stage und wir haben in der Heimschule Stage-Time. Ich bin 16 wegen um. Der schaut gut aus auf alle Fölle. Ist eine richtige Zuchtsau. So, jetzt gleich sind wir dran. Wir freuen uns. Wir geben uns ein Fist. Wie immer. Ich freu mich. So, jetzt gleich sind wir dran. Wir freuen uns. 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 Auf uns, es ist noch lang nicht schon Schöne, Schöne, Schöne! Das war so geil! Das war so geil! Geisteskrank! Wir teilen Timo's ganze Show! Einfach nur absolut krank! Ich war die ganze Zeit daneben, bei jedem Song mitgemacht. Junge, lebenslang ist noch mal anders. Es war gestern schon mal der Pre-Party einfach nur anders. Und jetzt noch mal mit Live-Performance Heineken-Club auseinandergenommen. Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht sagen, oder? Digga, fühl mich heute hier oben! Digga! Mach das immer! Die Leute standen oben die gesamte Schleife entlang. Soll ich umschalten? Ja! Also wir haben da wirklich geisteskrank, wir haben todesrasiert. Diese Jungs da haben komplett die Show zerrissen und das war einfach das Heftigste, was wir jemals erlebt haben. Wirklich, kommt vorbei, schaut euch die nächsten Shows an, die Tour, das wird geisteskrank! Jaaaa! Hey, Digga! Hahahaha! Was brauchen wir jetzt hier? Hör, 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 hör! Haha, hör, hör, hör! Hör, hör! Alle, ein kurzes Mal hingegangen. Ich werde jetzt bitte heimfahren! Vielen Dank.